Seit Monaten sorgen die Blockaden der Klimaaktivisten-Gruppe für Empörung, Unverständnis und auch immer öfter für Wut. Gegen Mitglieder der letzten Generation laufen auch schon etliche Verfahren. Und es gab Verurteilungen wegen Nötigung im Straßenverkehr, wegen Sachbeschädigung oder wegen Störung öffentlicher Betriebe. Jetzt fährt die Justiz aber offenbar schärfere Geschütze auf. Gestern gab es ja bundesweite Razzien gegen Mitglieder der Bewegung. Und die Justiz prüft, ob die letzte Generation eine sogenannte kriminelle Vereinigung ist. Um kurz nach 7 Uhr morgens kommt die Polizei, wie hier in Berlin, aber auch in Bayern, Hessen und vier weiteren Bundesländern. Und auch bei ihm klingelt es. Ingo Blechschmidt in Augsburg. Er stand im Impressum der heute beschlagnahmten Homepage der letzten Generation. Blechschmidt sagt, er habe nur Telefondienst für die Gruppe gemacht. Und die Vorwürfe seien völlig überzogen. Eine kriminelle Vereinigung, das ist wirklich was ganz Erhebliches. Das sind irgendwelche Gangsterbanden, die sich zusammenschließen, um nachts immer wieder irgendwelche Straftaten zu begehen. Das sind wirklich kriminelle. Und die Menschen von der letzten Generation und auch ich vom Klimacamp, wir engagieren uns friedlich für Klimagerechtigkeit. Was ist die letzte Generation? Eine Protestgruppe, die quasi nebenbei einzelne Straftaten wie Nötigung begeht oder eine kriminelle Vereinigung. Eher Letzteres glaubt die Generalstaatsanwaltschaft München. Die Gruppe sammle sogar Geld ein, um ihre Straftaten zu finanzieren. Ob die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung, wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht. Letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter, der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse auch erlassen hat. Zuvor war die Generalstaatsanwaltschaft schriftlich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar. Ausrufezeichen. Genau das ist aber überhaupt noch nicht geklärt. Ob die letzte Generation die Kriterien für eine kriminelle Vereinigung nach dem Strafgesetzbuch erfüllt oder nicht, das steht trotz der Razzien heute überhaupt noch nicht fest. Das ist weiterhin eine offene Frage. Und die Antwort darauf, die ist aus meiner Sicht rechtlich komplex. Die Gerichte sind dafür zuständig, das abschließend zu klären. In Berlin gilt die Gruppe nicht als kriminelle Vereinigung. Hier hatte sie zuletzt mehrfach den Verkehr auf der Stadtautobahn lahmgelegt. Zum Ärger vieler Autofahrer. Pressekonferenz in der Hauptstadt unter beachtlichem Medieninteresse. Die letzte Generation will weitermachen. Wir müssen jetzt weiter Widerstand leisten. Denn wir müssen uns lautstark weiterhin dafür einsetzen, dass Leben geschützt werden. Das hat gerade oberste Priorität. Deswegen fordern wir alle BürgerInnen dieses Landes auf, sich nächsten Mittwoch an unseren Protestmärschen zu beteiligen. Heute wird bereits einer in Berlin stattfinden. Das Ergebnis, die Straße des 17. Juni ist zeitweilig gesperrt. Zum Protestzug kommen wieder viele Medienvertreter und rund 400 Teilnehmer.